Hi, ich bin's wieder, euer Magmar für immer und ich hab mal wieder Bock 1.8 zu spielen Ja, und wir machen hier auch direkt weiter mit dem Let's Play Number Two Ich hab halt noch ein Let's Play Together am Laufen, aber ich muss es nur mal organisieren, wer da jetzt genau immer mit macht und so So many items brauchen wir nicht Joa So, ähm Was machen wir jetzt? Bisschen Kohle kann nie schaden Wäre es natürlich gut, wenn man eine Pickaxe hat Ich hab jetzt übrigens ein paar Mods hier drauf gemacht Mario Creatures Mods und Rezepte Beispiel kann ich jetzt aus 3 Dirt, kann ich Clay machen Den Mods hab ich selbst gemacht Ging ja eigentlich ganz einfach Und, ähm Dann hab ich halt noch mit anderen Mods versucht, aber die gingen irgendwie nicht Auf die Kohle Auf die Kohle Musst dir mein ganzes Stein hin Hab ich noch gar nicht gemacht So lang her mein letztes Let's Play Ich weiß gar nicht mehr wie weit ich war Ich weiß gar nicht mehr wie weit ich war Hey Kohle Noch mehr Kohle Und da ist dieser Zombie, der mir ins Ohr stöhnt Super Kohle 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 Ich denk mal Aber mehr Kohle werde ich nicht brauchen 13 nicht so viel, aber egal Egal Kohle 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 Ich weiß es nicht mehr Die Tür wär jetzt ganz hilfreich Weil die Sonne untergeht Und Findet ihr eigentlich, man sollte es so machen, dass man zum Beispiel mit Wolle kein Holz abbauen kann Oder findet ihr das okay so Dass es so unlogisch ist Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare Gehen wir raus im Kiln-Part-Zombies? Auf jeden Fall Auf jeden Fall Gehen wir raus im Kiln-Part-Zombies? Auf jeden Fall Dann baue ich mir mein Schwert Ich finde Minecraft braucht einfach mehr Items Weil Hallo Minecraft Da gehören einfach tausend Items dazu Minecraft hat gerade mal so 200 Ne 100 glaube ich Oh ich brauche was zu fressen Das trifft sich gut Ich brauche nur ein paar Zombies Sind es Zombies? Ne es sind Skelette Aber da ist ein Hähnchen Aua Scheiße Oh man Wie können die mich treffen? Geht doch Und Scheiße Nein ich will nicht verrecken Will ich nicht Kannst du vergessen Fuck ich habe eben Ratten gehört Die habe ich dazu gemacht Und Ratten sind wirklich fiese Seelen Oh oh Jawohl Komm schon Ich muss jetzt nur noch nach Hause Aber ich kann nicht mehr rennen Die Ratten sind mir auf der Spur Ratten Scheiße 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 Puh Erstmal was fressen Nom 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 Oh oh Scheiße Ja also der MoCreaturesMod Falls ihr das hören könnt Bringt ganz viele neue Kreaturen mit sich Zum Beispiel diese Ver-ver-ver-verfickten Ratten Ver-fick dich Ratte Scheiße Scheiße Alter Mann Also es macht wirklich Minecraft Spannender Und Ich habe sehr wenig Leben Brauch was zu fressen Ich kann nichts anderes machen als Irgendwas zu töten Irgendwas zu töten Aber Ich weiß nicht ob ihr das hört aber Das ist ein Sehr böses Geräusch Und die Ach scheiße Ähm Ach da hinten Da hinten Ist ein Wolf Kann ich nicht irgendwie noch Da Genau Jetzt könnt ihr auch viel besser sehen Da hinten müsste ein Wolf sein Ist gerade weg Ich muss irgendwas töten Sonst verrecke ich hier Kann so nicht weitergehen Ich hole mir mal ein Zombie-Steak Und wenn ich draufgehe Äh Verbreitet meine Geschichte Nimm das Zombie Ähm Das war knapp Sehr knapp Und da hinten sind Hülfe Die Wölfe Die Wölfe sind wirklich sehr Sehr böse Da hinten ist ein Geist Ich liebe diesen Mod Eigentlich Ist einfach ein super Mod Ich kann die Leute auch super Leiden Die solche Mods machen Weil Sie einfach Ohne Bezahlung Ähm Uns Gamern Was bieten können Und ich werde nicht verrecken Tut mir leid Ich würde gerne was essen Oder Bisschen mehr Leben haben Hundi Schwarzer Hundi Böser schwarzer Hundi Oh oh Nein Scheiße Fick dich Nein Ich bin nicht verrecken Will ich nicht Da ist noch so ein böser Hund Scheiße Verdammt Fick dich Ei 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 Was ist ein Stress hier Hm Ist irgendwas Scheiße Ein Wehrwolf Das ist ein Wehrwolf Das ist ein verfickter Wehrwolf Ähm Okay Geil Mein Spawnpunkt Ist da gesetzt Welcher behinderte Skelett Da ist es Nein 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 Fick dich Nein Ich will nicht gegen den kämpfen Der ist Verfickt stark Ähm Okay Ich hab wieder Leben Weil ich verreckt bin Aber Äh Verdammte Scheiße Ich bin hier total eingekesselt So Das war's für das Erste Weiter geht's im nächsten Teil